Und jetzt crafte ich dir erstmal einen schönen Anhänger für die Lok, damit du dann auch gleich gediegen reisen darfst. First class willst du? Ja. Ne, hast du irgendeinen Wunsch, was für einen Anhänger du hier haben willst? Deutsche Bahnbahn natürlich. So, denn die Zugstrecke ist quasi schon belegtes Brötchen. Ist noch ein Thaddeus hier in meinem Apartment. Ich wohne jetzt hier unten, habe ich gerade beschlossen. Du willst ein Passenger-Car-First-Class-Deutsche Bahn haben, ne? Jetzt wirklich? Ja. Okay. Eigentlich am liebsten die Subway trainen, aber die haben wir ja schon. Ah, Enderman. Wir können ja auch Passenger-Car ganz normales machen. Wir können dir auch einfach andere Dinge craften, die du haben willst. Ich muss hier raus, Alter. Ich halte das nicht mehr aus hier drinnen. Denke ich mir in Bayern trainieren. Ähm. Train-Work-Bench. Ja. Fuck, wie hat man das gecraftet? Wo ist das denn? Da. Hier, Lever, ein Button, drei Eisen. Zwei Dings, dann rein noch so ein Stil-Frame. Ein Routon. Routons? Alter, Suppe hätte ich jetzt auch Bock drauf. Einfach nur generell essen, Alter. Was für Button? Fuck, Alter. Ein Steak hast du, äh, ein Steak hast du immer noch. Steak, Alter. Ja. Ich hab Hunger. Merkt man, glaub ich, gar nicht. Ein Steak hast du vielleicht gar nicht. Was ist hier grad falsch mit diesem Mami-System? Weiß. Äh, hast du Kakao? Kakao? Nein. Ah, ich weiß, wo welches ist. Im Industriegebiet. Och fuck it, Alter. Wo hat sich das Steak hingebackt? Nein, hingebackenes Steak esse ich auch, Alter. Um zu mal was zu essen, ne? Ich hab einfach was zu essen haben. Kann ich was zu essen haben? Nein. Kann ich was zu essen haben? Nein. Kann ich was zu essen haben? Äh, als ob wir jetzt kein Kakao haben. Ich hatte mal Kakao. Alter, meine... meine Maus war gerade so rum. Warum Kakao? Weil wir das brauchen wegen brauner Farbe. Redstone. Ist nicht braun, ist rot. Rotstein. Wie Dragonfly jetzt sagen würde. Ja. Dirrt. Dirrt. Wie Dragonfly nicht sagen würde. Wir hatten doch mal Kakao, Alter. Frag doch einfach nochmal. Wir hatten wo ist Kakao? Nein. Electronic Circuit. Wir craften weiter. Nein. 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 Ich suche mal Redstone bei mir irgendwo. Wo haben wir Kakao? Oh, wir haben da noch welchen. Den schreibt man Kokoa, Alter. Rotstein. 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 So, hast du Bock? Mehr Rotstein. Hast du Bock? Ich spock. Ich hab neun Diamanten. Billo. 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 Ne, hast du Bock jetzt? Willste, ne? Ja. Ja, ich brauch noch Kanister. Subway. Ne, mal acht mit. Nein, das Subway-Ding brauchst du nicht. Was? Nimm nur ein Steak mit. Bitte, beide Steaks. Und komm ins Industriegebiet, aber schlaf vorher noch. Also, zwei. Hier. Hier. Geh mal pennen jetzt. Hier. Hier. Na. Zombies. Was? Das ist ein A-A. Alter, das ist nicht dein Ernst jetzt. Ne, mein Detlef. Jetzt komm ran. Komm ins Industriegebiet, bring ein Steak mit und... Und... Dann auf geht's. Dann fahren wir ein schönes Röntgen. Die ist natürlich lang noch nicht fertig, die Bahn. Die wird noch sehr schön gemacht mit überdings und Stromkabeln drüber. Auch wenn dann die Stromzüge lang fahren werden, aber... Hier noch. Ja. Sechs. 45. 10. Ist das die Bingozahl für heute? 12. 24. 24. 32. Okay. Oh, 1. Klasse, schön. So kommst du jetzt mal ran? Okay. Warte ich hole noch Brote Brote Brote. Und ein Steak. Hab ich leider nicht. Tut mir leid. Dann bring das Steak mit. Also dieses Verbindungsding. Ja hab ich. Geh derweil noch mal ans Handy solange ich zu dir fliege. Gute Idee. Ich geh derweil ans Handy während du zu mir fliegst. Ich hab nämlich Snapchat bekommen. Geil. So und dann fahren wir die geile Strecke. Die ist wirklich geil jetzt. Das kann ich dir versprechen. Eigentlich nicht. Aber wäre ja geil wenn ich es dir versprechen könnte. Ich will ne Pizza. Ich will einfach nur was zu essen haben alter. Hattest du heute schon Pizza? Ja. Zum Frühstück und zum Mittagessen. Jetzt zum Frühstück. Und gleich nochmal. Ich auch eine. Was quasi das Mittagessen war. Geile Aufnahme. Wo bleibst du? Ah da. Hm. Uh. Erste Klasse. Natürlich. Der Snob braucht auch ne erste Klasse. Dann verbinde die mal. Analog. Warum ist die jetzt schwarz? Das ist ne andere. Das ist dieselbe. Ich hab die nur gefärbt. Geil dass jetzt NS draufsteht. Ne MS. Was steht da drauf? MS Paint. Also. Hast du die verbunden? Hä? Wo muss man da denn dahin klicken? Hier. Ich muss aussteigen. Achso. Ne. Geht immer noch. Ah doch jetzt. So steigen sie ein. Uh. Erste Klasse. Alter sieht das geil aus. Das sieht echt geil aus ne? Hä? Ist das ne Stubbox? Ich hab ne Enderperle geworfen. Pfff. Ich weiß nicht. Wenn das geht. Das wissen wir auch mal testen. Ich hab bei mir jetzt zuhause welche. Also. Aber da kommen wir nicht dran vorbei. Hast du Bock? Hm. Was hast du zuhause? Leider. Ich hab da zuhause Dings hier. Juk 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 Schallplatten. Also. Juk 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 Schallplatten. Genau so heißen die. Ich geb dann mal Gas. Hm. Am Berg an. High Speed Train. Dingsen. Ja. Es lag jetzt schon alter. Ne bei mir nicht. Wir fahren 70. 80. Alter bei mir lag das übel. Jetzt lag es. Boah ich freu mich schon drauf wenn wir mit 200 hier lang brettern. Das können wir gleich vergessen. Das ist immer noch lag. Hier können wir nicht mit 200 lang brettern. Ne. Aber bei meiner Strecke die ich jetzt zu Dragonfly baue. Kann man ruhig 200 Pilzen. Ne. Von der Strecke vom Spawn zu mir kannst du 200 donnern. Hier kommt halt ne geile Brücke noch hin. Wir fahren übrigens gerade 90. Also das ist ungefähr das Doppelte was du dann donnerst. Da kannst du halt die kleinen Kurven mal sowas von vergessen. Ups. Achso du sammelst das ein. Ich sammel das ein. Reaper. Na. Standbild. Oh mein Gott. Wir haben uns da gerade in die Kurve geschoben. Jetzt. Jetzt ist das geilste. Guck mal nach draußen. Das wird auch noch ne Brücke. Ja. Du musst aussteigen. Nö. Hier gerade chillig. Geil. Ich fahr mal wieder zurück. Kann ich da eigentlich auch einsteigen ne. Wir können da nicht zwei drin sitzen ne. Ne. Oh wie geil wäre das wenn du da gegenüber von mir sitzen würdest. Es gibt doch welche. Ja. Aber welche. Mh. Jetzt mal schön niesen. Ah. Denkt man sich auch nur so. Fuck. Der Zug wird dann auch noch zu dir weiter fahren. Das ist halt der Güterzug. Der fährt. Der fährt nicht mehr als 60. Sag ich jetzt mal. Der fährt da richtig langsam aber trotzdem noch schnell genug. Donnert der Zug. Der halt dann da lang. Alter. Wir brauchen noch ne ganz dringende Schallplatte. Din 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 din. Aber die bing bing bong Version. Warum? Dass wenn der Zug hier lang fährt. Nein da kommt so ne richtig ohrenbetürmender Lärm von so nem. You know. Auch gut. So. Es interessiert mich aber. Gibt es überhaupt Passenger Cars wo man zu zweit drin hat. Ich glaube nämlich nicht. Wir hatten schon einen. Doch doch. Die riesigen ICE Dinger kann man glaub zu zweit drinsetzen. Die Highspeed Teile. Ich glaube ja. Soll ich mal so eins bauen und dann testen wir das? Boah. Oder meinst du die ICE? What? Ne ich baue nicht so ein ICE Dinger. Dafür muss ich nämlich Motoren verbauen. Ich baue mal so ein Highspeed Ding. Wir sind auch hier ein Highspeed-Dinger aus dem Ohh. Mmm. Mm. 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 Was war? Gut dass ich das gerade nicht schon wieder all das Team in Trains verfallert habe. Er hat die Räder. No way. No way. So, wie ging das jetzt nochmal? Hä? Oh Gott, wie blöd bin ich denn geworden? Du warst schon immer so. Genau. Wir müssen das ja auch auszupfen, ob man da mit einer Schallplatte dran fahren kann. Steel Cap und Steel Frame. Den Rest haben wir eigentlich, glaube ich. Auf zu Kortmo. Was ist denn? Ähm, wahrscheinlich funktioniert meine Trainworkbench dann wieder nicht. Äh, der Assembly Table. Ach so. Obwohl da auch Tier 1 dran steht, alter. Hä? Ach so. Wollen wir mal zu Homo. Mit meinem Obsidian. Du hast Obsidian? So, also soll ich jetzt eine Schallplatte mitnehmen und nehmen wir mal das Passenger Card von gerade eben und dann gucken wir mal, ob das funktioniert. Es leckt. Es leckt. Ne, wir nehmen nicht Schallplatte 11. Uh. Ha, du machst hier gerade deinen Zug. Alter, du leckst sowas von. Ah. Ich weiß jetzt wann. Wir sind doof, alter. Was? Soll ich dir mal sagen? Du musst immer drauf achten, von welcher Zeit denn die Züge sein könnten. Und dann? Ja, dann machst du es. Ach so, Steel Age steht da drin. Eben. Eben. So, komm mal mit. Wie lade ich die jetzt auf? Was hast denn du da? Kann man die da reinpacken? Nö. Was hast denn du für eine gemacht? Eine elektrische Lok. Wie powerrt man die jetzt? Mit Redstone oder mit einem Energy Cell, die du da rein tust. Ich bin mit Redstone. Aber wir machen das nicht mit Redstone, weil das ist ja lächerlich. Und deswegen will ich meinen Redstone behalten. So, jetzt interessiert mich das. Kann man hier zu zweit drin sitzen? Ne. Geil. Ah, wie geil sieht das bitte? Oh mein Gott. Baust ab, baust ab, baust ab. Bitte kommen da zwei raus. Alter, wie geil. Nein! Nein! Warum fährt der das Nerven? Weil es ein Highspeed-Train ist. Nein! Nein! Diese Anhänger hin und her. Oh, haben wir. So. Nummer zwei ist jetzt zu testen, ob das funktioniert. Nö, man kann hier nicht Musik hören drin. Schieb mich mal bitte in meinen Bahnhof. Ja, warte. Achso, schade. Warte, ich kann dich nicht attachen jetzt. Jetzt aber. Nein! Nein! Hör auf wegzufahren. Jetzt kannst du attachen. Alter, New York Subway. Wie geil sieht das bitte aus? Ja, erste klasse Snob. Ich würde dann gern zu meinem Bahnhof gefahren werden. Boah, wie, wo hab ich nochmal den, wo hattest du den Knopf von dem Inventar? I. Ah. Ne, I. The engine. Das Elektro-Lock kannst du direkt Gas geben. Ja, ich weiß. Boah, mich sitzt da auch als Passenger drin und kann die trotzdem steuern. Ist doch geil. Alter, erste klasse ist richtig geil. Wie schnell fährt die? Ah. Ne, warte. Die geht noch schneller. 60. 61, ja. Ich will da im Fahren einsteigen. Och, geil, es geht. Äh, du weißt schon, was du da hinten tust, ne? Da geht's direkt in den Affengrund. Halt mal bitte an. Halt an, halt an, halt an. Alter, wie geil sieht das bitte aus, wenn die hier anhält. Also nur die New York. Submarine. Und da fährst du wieder weg? Nein, nein, nein. Och. Alter, wenn das gehen würde. Du machst einfach nur Rechtsklick auf die Züge und dann wärst du drin. Dann würde ich den immer hinterher rennen. Geil, wie du dann durch die Tür guckst. Wie in so Filmen. Alter, wenn wir mal in New York sind, müssen wir das mal machen. Nach links. Kann man da weiter fahren? Ja. Alter, wir brauchen ja eigentlich so ne New York Subway Dings. Das ist einfach viel geiler. Jetzt geht's auf. Dann fahr mal wieder zurück. Ey, wir müssen das mal machen, wenn wir mal in New York sind. Dann durch die Fenster gucken, auch so. Ja, genau. Ey, das ist einfach viel geiler als so ein Highspeed-Train. Obwohl, der Highspeed-Train ist ja auch ziemlich geil, glaube ich. Ja, und damit bis morgen. Tschüss. Na, hab ich ja den Arme nachgekommen.